Hier ist Bannermann Radio, hallo! Hallo, ich hätte mal einen Musikwunsch! Was dürfen wir für dich spielen? Ich wünsche mir Peter Pikarski mit Ich hab einen Pimmel auf dem Kopf! Ähm, Moment mal, du hast doch kürzlich erst angerufen. Das bist du doch selber, dieser Peter Pikarski! Nee, nee, ich, äh, wie heiß ich denn? Ich heiß, äh, Paul. Ich bin der, ich bin der Paul. Aha, nee, ist klar, Paul. Aha, du bist der Peter. Und du hattest angerufen, weil du Bannermann-Star werden willst. Ja gut, genau. Und ich seh überhaupt nie ein, warum ich das nie werden kann. Ich hab sogar einen Manager. So, so einen Manager. Na ja, ja, der Manni, Manni. Und ich sag, äh, was ist denn, äh, äh... Management Häberle am Apparat. Wir machen heute schon die Stars von gestern. Äh, äh, von morgen, von morgen. Sie haben also Interesse an unserem Peter. Moment, 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 das hab ich nicht gesagt. Also wann ist es Ihnen denn recht zum Probesingen? Äh, gar nicht. Ah, neu, du, du Herdlauf, am Maul-Dascha-Roller. Entschuldigung, doch, doch, der Manni, der hat das Tourette-Syndrom, den, den darf man nicht so ernst nehmen. Na, keine Angst, euch zwei nimmt bestimmt niemand ernst zu. Äh, ich muss jetzt auch weitermachen. Äh, tschüss. Was bitte ist denn ein Maul-Dascha-Roller? Äh, ich muss jetzt auch noch拜拜. Vielen Dank.